Hallo liebe Widder, willkommen bei Chanoa Tarot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Monat März 2024 und ich möchte mir gerne mit euch gemeinsam anschauen, was euch in diesem genannten Monat erwarten könnte. Ein bisschen habe ich schon was vorgelegt, damit wir schneller einen Einstieg finden. Links sind die Karten für Widder, rechts für das Gegenüber bzw. für die Energien, die von außen auf die Wiedergeborenen im Monat März zukommen. Ja, die Rollen können auch vertauscht sein und ist eine allgemeine Legung. Ja, ihr wisst Bescheid, Kanoa wird hier leider nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Du entscheidest bitte selbst, ob du dich hier wieder findest. Ja, ich starte hier mit diesen zwei Orakelkarten, die so ein bisschen widersprüchlich sind oder sein könnten. Ich habe hier einmal das Mitschöpfertum mit der 40. Es geht um Kreativität, Inspiration, Entfaltung. Also irgendwas, was du gepflanzt hast, kommt jetzt sozusagen in die Blüte, wie jetzt auch der Frühling, der bald kommt, wo alles dann erblüht. Ja, es geht hier um Fruchtbarkeit. Es geht auch um Ergebnisse. Es geht um Kreativität. Auch vielleicht was Künstlerisches, irgendwelche Projekte, wo sehr viel Einfallsreichtum erforderlich ist oder war. Und das kommt hier ganz gut. Ja, irgendeine Sache könnte sich hier sehr erfolgreich und stabil entwickeln. Und dann habe ich hier die Trennung mit der 46. Ja, die Quersumme ist ja 10, steht für einen Abschluss. Also von irgendwas trennst du dich. Er muss nicht von einem Menschen sein, kann auch einfach eine Idee sein, wo man sagt, nee, macht keinen Sinn oder ich habe keine Lust mehr drauf. Ich lasse es sein. Irgendwas lässt du hier sein und ich denke, das ist ganz gut für dich. Das bringt dich nach vorne. So, kommen wir jetzt hier zu den Tarotkarten. Das startet ja bei dir mit 9 der Schwerter und König der Münzen auf dem Kopf. Weil hier der König der Münzen auftaucht, könnte es durchaus um finanzielle Aspekte gehen oder auch um etwas Berufliches. Da ist auf jeden Fall irgendwas nicht okay. Also entweder zweifelst du hier sehr stark an deinem Vorhaben, weil das Geld nicht da ist oder du fühlst dich in deiner beruflichen Stellung instabil. Ja, wo du sagst, ob ich da jetzt weiterbleiben kann in dem Unternehmen, geht das Unternehmen pleite? Ja, sowas. Du machst dir hier unglaublich viele Sorgen. Aber ich glaube, zu Unrecht, habe ich den Eindruck. Ja, du machst dir hier zu viele Sorgen, aber es ist nicht unbedingt wirklich ein Grund da. Wenn es was Privates ist, ja, in der Liebe, ja, dann machst du dir hier auch irgendwelche Gedanken. Um die Stabilität, wie geht es weiter mit der Beziehung? Möchte ich die Beziehung weiterführen? Möchte ich das nicht? Welche Art von Zukunft haben wir gemeinsam? Ja, weil beim König der Münzen geht es auch sehr stark um langfristige Strukturen, wie das auch langfristig sich gestaltet im Alltag. Ja, dann sehr schön, habe ich hier den Hierophanten und sieben der Münzen bei dir. Wenn der Hierophant auftaucht, dann ist es immer für mich ein sehr schönes Zeichen, weil das sagt mir, dass man sozusagen auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Der Hierophant ist sozusagen das Beste vom Besten, was man aus sich rausholen kann. Ja, als Beispiel, du gehst essen in der Mittagspause und dann gehst du da zwei Jahre lang immer zu dem Imbiss und holst dir da Pommes mit irgendwelchen Würstchen. Und dann eines Tages denkst du dir, nein, das ist ja viel zu ungesund, das schmeckt mir auch gar nicht mehr. Ich gehe jetzt mal in der Mittagspause was Gesundes essen. Ja, ich gönne mir einen Salat oder ich esse da in einem kleinen Bistro, wo es einfach ein bisschen besser schmeckt, gesünder ist, wo du weißt, woher die Nahrungsmittel herkommen, woher das Gemüse kommt. Ja, oder statt abends irgendwie eine Pizza zu essen, fängst du an gesund zu kochen. Das ist der Hierophant. Also du kommst sozusagen dazu, dein Leben einfach auf einem besseren Level zu gestalten. Du folgst hier irgendwie auch so deiner inneren Stimme. Du sagst, ich weiß, was für mich gut ist, was das Beste für mich ist. Ja, und hier sieben der Münzen ist ja dieses Einpflanzen und mal gucken, was daraus wächst. Wird das alles zu Blüte kommen? Du hast hier lange Zeit irgendwo investiert, Geld reingesteckt und du wartest. Ja, du wartest auf die Ergebnisse. Du bist hier sehr gespannt, ob sich das hier rentiert hat. Aber ich glaube, tief im Inneren bist du überzeugt, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Ja, was haben wir hier auf der anderen Seite? Der König der Schwerter. Luftenergie. Entweder hast du es hier mit Luftenergie zu tun. Hier ist auch Löwe. Oder dieser Mensch befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt in diesem Modus. Der König der Schwerter, der ist cool. Und ich glaube, hier hat jemand lange Zeit durch Gespräche, durch Kommunikation, durch irgendwelche Sprüche, dich daran gehindert, irgendetwas zu entfalten, irgendetwas zu machen. Jemand hat sozusagen dich immer wieder zurückgehalten. Vorrangig durch Worte. Und Worte können ja auch einen sehr steuern. Worte haben ja sehr viel Macht. Also ich glaube, jemand hat dich hier lange Zeit zurückgehalten oder vielleicht auch mit seinem, ihrem Verhalten durch eine gewisse Zurückhaltung strategisch dich zu etwas gesteuert. Und ich denke, der Mensch hört jetzt damit auf. Das hört jetzt auf. Dieser Mensch sagt, okay, mach, was du willst. Ich gebe dir Bahn frei. Ich gebe dir grünes Licht. Dann ist hier ein Ritter der Stäbe umgekehrt gekommen. Naja, der Ritter der Stäbe ist sowieso so ein Kandidat. Ja, das ist nicht so verlässlich. Da kommt dann mal irgendeine Idee oder ein Termin um die Ecke, ein Treffen, vielleicht auch ein Flirt und morgen ist das wieder vergessen. Ja, und hier mit diesen zwei Kälchen dran. Ja, als ob jemand hier etwas von dir möchte oder dir etwas versprochen hat oder sich von dir etwas verspricht. Das ist hier aber nicht so ganz stabil. Darauf kannst du nicht vertrauen. Das ist eine Luftnummer. Hier könnte jemand süße Worte benutzen oder Versprechungen machen, aber trotzdem keine Taten folgen lassen. Er sagt, ich liebe dich und ich kann ohne dich nicht sein und hat dann aber keine Zeit, sich mit dir zu treffen. Ich muss das mal hier klären. So, Moment. Königin der Schwerter. Der Teufel umgekehrt. Zwei der Münzen. Uh, nochmals der Hierofant und das Rad des Schicksals. Sieht sehr gut aus, lieber Widder. Was ist das hier? Sieben der Schwerter umgekehrt. Page der Münzen. Sechster Kälchen umgekehrt. Die Weltkarte und der König der Stäbe. So. Ja, lieber Widder. Also diese ersten vier Karten. Das Gute ist, wir haben hier die Königin der Schwerter. Ja, also diese neun der Schwerter und die Teufelsenergie und auch der König der Münzen hier auf dem Kopf. Also alle drei Karten sind hier umgekehrt gekommen. Zeigt mir an, dass du dich hier wegen irgendeiner Angelegenheit sehr lange beschäftigt hast. Ja, da ging es um deine Verantwortung, um dein Pflichtgefühl. Es ging um die Finanzen oder vielleicht ging es um eine längere Beziehung. Auch vielleicht berufliche Partnerschaft, wo du sagtest, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht nach vorne. Es hält mich irgendwo hier gefangen. Vielleicht auch schlechtes Gewissen. Ja, du hast dir hier sehr viele Sorgen gemacht und auch vieles probiert im Vorfeld. Das hat dich letztendlich aber sehr stark in der Stagnation gehalten. Und hier die Königin der Schwerter. Ich denke mal, du wirst hier deinen Verstand die Hauptrolle überlassen, sodass du sagst, ich muss jetzt hier mal einen klaren Kopf behalten. Ich muss jetzt an mich denken und ich muss auch Sachen abwerfen, die mich hier einfach nur blockieren, die mich hier festhalten und wo es eh keinen Sinn mehr macht. Dann diese Karten hier sehr schön. Wir haben zweimal den Hierophanten, auch das Rad des Schicksals. Wie gesagt, du folgst hier einem sehr guten Ziel. Du folgst hier einem sehr guten Weg. Du weißt eigentlich, was für dich das Beste ist, wo die Reise hingehen soll. Und hier mit zwei der Münzen geht es darum. Ich denke mal, du musst etwas abwerfen. Das ist so die Hauptaussage. Du musst dich dafür entscheiden, etwas loszulassen, etwas hinter dir zu lassen. Auf eine Sache musst du verzichten. Du kannst dich nicht mehr um verschiedene Baustellen kümmern und jedem gerecht werden. Das funktioniert einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Wenn du das tust, wenn du hier etwas abwurfst, was sich eh nur lange Zeit in der Stagnation festhält, wo du eh weißt, dass es keine gesunde Zukunft mehr gibt. Und ich rede hier wirklich nicht von der Liebe in erster Linie. Natürlich kann das auch sein, dass du sagst, okay, ich habe da jetzt lange Zeit mit einer Partnerschaft probiert. Ich habe es mit einem Menschen probiert. Ich habe festgestellt, wir sind zu unterschiedlich. Was soll ich damit machen? Wenn du so etwas denkst, dann ist es vielleicht vernünftiger, wenn du davon ablässt, damit du hier auch vorwärts kommst. Weil hier wartet etwas ganz Großes auf dich, was dein Leben auch wirklich um 180 Grad ins Positive drehen könnte. Ja, weil hier hast du, guck mal, links, also hier haben wir den, hier zwei der Münzen und da jongliert doch einer. Und hier die eine Seite ist halt die Teufelsenergie. Die ist zwar hier umgekehrt gekommen, aber trotzdem ist es der Teufel, ja. Und hier auf der rechten Seite, wenn man sich so die andere Waagschale anschauen würde, ist hier das Rad des Schicksals und der Hierophant. Und wenn du aufhörst mit diesem Hin und Her jonglieren und dich wirklich für eine Sache, für die richtige Sache entscheidest, dann wird hier auch relativ schnell eine gute Verbesserung eintreten. Eine nachhaltige Verbesserung. Also eigentlich wird hier sich das, ja, das ganze Leben bei dir verändern. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Ja, dieser König der Schwerter und sieben der Schwerter umgekehrt. Ich habe es ja gesagt, hier hat jemand durch eine gewisse Kommunikation versucht, etwas zu steuern. Hat immer wieder etwas gesagt oder hat vielleicht auch gar nichts gesagt. Ja, man kann auch wunderbar jemanden bei der Stange halten, wenn man sich immer wieder bedeckt hält, zurückhält und vielleicht auch sich nicht klar positioniert. Und hier hat sich lange Zeit jemand nicht klar positioniert und hat dich damit irgendwo auch, ja, im Griff gehabt. Aber ich glaube, das hört jetzt auf. Dieser Mensch hört auf damit und sagt, mach wie du denkst, lieber Widder, ich unterstütze dich. Also ich werde dir nicht Steine in den Weg legen, egal was du hier vorhast. Hier hinten, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das dazu gehört. Ich glaube, das ist eher eine andere Energie. Hier mit diesem Ritter der Stäbe, zweiter Kelche und sechster Kelche. Hier geht es sehr stark um eine Verbindung. Da kennst du diesen Menschen schon länger. Ihr habt wahrscheinlich auch eine Vergangenheit. Und da ging es jetzt zuletzt darum, hin und her. Wollen wir das nochmal probieren? Wollen wir nochmal einen Neustart wagen? Wollen wir uns vertragen und die Beziehung fortführen? Ja, aber ich sehe das so halbherzig, weißt du, von der Seite. Ich sehe das so halbherzig. Entweder hat dieser Mensch das nicht ganz ehrlich, also nicht wirklich probiert, sondern nur vor sich hin geträumt. Oder dieser Mensch hat sehr viel von deiner Seite erwartet, dass du hier das Zepter übernimmst und dass du hier die Sachen in Bewegung bringst. Und das ist, glaube ich, nicht erfolgt. Und deswegen schließt dieser Mensch hier damit ab. Hier schließt jemand damit ab und sagt, es ist für mich okay. Weil, ich habe das komischerweise bei vielen Legungen jetzt im März, dass sich Menschen einfach fügen und sagen, ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Ich kämpfe nicht mehr dagegen an. Vielleicht ist es auch die starke Pluto-Energie jetzt im Wassermann. Und Wassermann steht hier auch für Freiheit, für Loslassen, sich frei entfalten. Ja, also hier schließt jemand damit ab und hat sich damit auch arrangiert, dass das mit euch nichts mehr wirkt. So, ich schaue mal, wie geht es bei dir weiter? Wie läuft das hier bei dir weiter, lieber Widder? Ja, sechs der Stäbe, aber umgekehrt so ein bisschen schräg gekommen. Moment. Vier der Stäbe, so schräg, äh, vier der Münzen so ein bisschen quer gekommen. Bage der Schwerter Kpresa, fünfte Münzen, der Ehramid. Königin, der Kelche umgekehrt. Sieben, der Kelche umgekehrt und der Stern. Lieber Wetter, ich habe das Gefühl, du bleibst erstmal noch eine Weile auf deiner Spur, wo du hier hin und her jonglierst mit zwei Möglichkeiten oder mit zwei Sachen nebeneinander. Sagen wir mal hier der Beruf und hier die Partnerschaft und eins von beiden hat irgendwo einen Knacks und dann wäre es eigentlich vernünftig, sich von einem zu verabschieden, zum Beispiel hier den Job zu wechseln. Und das tust du aber nicht. Du fährst einfach sofort, aber du wirst damit nicht erfolgreich. Ich sehe hier vier der Münzen, du hältst hier unglaublich fest. Da ist so ein Festhalten, ja, hat was mit den Münzen zu tun. Münzen, Münzen, etwas, was du gewohnt bist. Du machst es aus Gewohnheit oder aus Verlustängsten heraus. Vielleicht ist dir das Risiko zu groß, aber hier mit diesen Pagen der Schwerter, du erwischst dich dabei. Also du erwischst dich, erwischst, erwischst, du merkst es selber. In gewissen Momenten wirst du dich selber dabei ertappen und dir denken, was mache ich hier eigentlich. Hier, fünf der Münzen. Ja. Das wird hier nicht so einfach sein für dich. Du sollst dich ja aus etwas rauslösen und irgendwo dich unabhängig machen. Und das ist hier so ein schwieriger Prozess für dich, habe ich den Eindruck. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sehe ich das sehr positiv. Du musst halt nur den richtigen Moment abpassen, wo du sagst, okay, ich lege jetzt den Schalter um, ich mache das jetzt. Ich springe da jetzt rein und entscheide mich wirklich dazu, was wirklich für mich passt. Da habe ich den Eremiten, Königin der Kelche umgekehrt. Ja, jemand geht hier in Rückzug, beobachtet dich. Und wenn du jetzt hier weiter zweigleisig oder mit zwei verschiedenen Optionen rumtänzelst, dann wird sich hier jemand wieder Hoffnungen machen, wo das eigentlich schon nicht mehr passt. Wo der Punkt schon gesetzt wurde, macht sich hier jemand weiterhin Hoffnungen. Jemand wird sich hier Hoffnungen machen, dass das mit euch wieder hier zum Erblühen kommt und wird dann wieder an dir festhalten. Aber du brauchst ja hier eine freie Fahrt für dich. Du brauchst ja, weißt du, du brauchst eine freie Autobahn, um da mit Speed durchzufahren in deinem schnellen Ferrari. Weißt du? Ihr seid ja so schnell, ihr werdet. Ihr braucht ja schnelle Ergebnisse. Es muss ja schnell gehen. Ihr mögt halt nicht so dieses, wenn das dann so zu kompliziert wird und irgendwelche Belastungen links und rechts da noch einen mitbeschäftigen. Ihr braucht hier eine freie Spur. Und wenn ihr hier so rumtänzelt und euch mit Sachen beschäftigt oder Beziehungen pflegt, wo das eh schon keinen Sinn mehr macht, schon seit letztem Jahr vielleicht, dann wird das hier länger dauern. Ja, da, wo du hinmüschtest. Na gut, ich beende das hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren März, einen schönen Frühlingsanfang. Und ja, die ersten Widder, die haben doch Ende März Geburtstag. Dann schon mal ein herzliches Happy Birthday von meiner Seite. Feiert schön. Macht's gut. Ciao.